Gemeinsam mit einem Team aus der Eine-Welt-Gruppe und der Fairtrade-Steuerungsgruppe gestalte ich den Advent für mich und auch für andere hier vor der Martinskirche aktiv, dadurch dass wir uns an der Aktion Süß statt Bitter beteiligen. Orangen ohne Gift und Sklaverei aus Kalabrien. Die Kiste ist noch leer, aber es wächst schon aus den Vorjahren ein Orangenbäumchen. Das könnt ihr mit den Orangen zum Beispiel machen. Sie sind fair gehandelt, das heißt die Produzenten vor Ort, die Menschen, die dort arbeiten, Orangen pflücken, werden gerecht bezahlt. Am 7. Dezember stehen wir hier vor der Martinskirche und werden eine Auswahl an Eine-Welt-Produkten wie Tee, Kaffee und Schokolade präsentieren und verkaufen. Und eben auch die Orangen aus dem Projekt SOS Rosano aus Kalabrien. Die können hier zu einem Kilo für eine Festspende von 5 Euro bei uns erworben werden. Wir freuen uns, wenn ihr hier vorbeischaut und wir aus dem gesamten Team wünschen euch eine friedliche, fröhliche und gesegnete Adventszeit. .